Ich liebe Plugins und es gab eine Zeit, da konnte ich mich daran wirklich doof und dusselig kaufen. Das Tolle ist, es gibt am Markt ja aber auch immer irgendwo ein Schnäppchen, das dir verspricht, so günstig gibt es das nie wieder und außerdem verspricht es dir noch, dass damit endlich die Lücke geschlossen wird, die dich trennt vom Profi-Sound von Pharrell, von Apache oder vielleicht auch von Lady Gaga. Ich bin also im Prinzip genau wie du, das macht es aber nicht besser oder schlechter. Und deswegen verrate ich dir heute einfach mal meine Grundausstattung an wichtigen Plugins. Aber Vorsicht, das könnte nicht das sein, was du von mir erwartest. Wenn du dich aber trotzdem dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording-Blog und los geht's! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog, dem mittlerweile 100. hier in der Mix-Praxis, also die längste Reihe, die ich hier auf dem Recording-Blog habe. Und ich bin sehr froh und vor allem auch stolz, dass du immer noch dabei bist und mich so tatkräftig unterstützt, indem du reinschaust regelmäßig, indem du kommentierst und Fragen stellst und indem du, wenn es dir gut gefällt und du zum ersten Mal hier bist, einfach auf den Abo-Knopf klickst und mich damit unterstützt. Und ich hoffe, dass ich dir auch ein bisschen was zurückgeben kann, dass ich dich auch unterstützen kann, mit meinen Tipps und Tricks dafür zu sorgen, dass deine Musik demnächst genauso gut klingt wie deine großen Helden oder vielleicht sogar die Hits im Radio, wahlweise, was dir besser gefällt. Und ich kriege in letzter Zeit immer häufiger Zuschriften, so nach dem Motto, hey, ich möchte jetzt richtig Gas geben, ich habe mir eine DAW gekauft, super Audio-Interface gekauft, ein super Mikrofon gekauft. Jetzt brauche ich im Prinzip nur noch die Grundausstattung an Profi-Sound-Plug-Ins und dann kann ich mit dem Profi-Sound auch durchstarten. Kannst du mir da mal eine Empfehlung geben? So 400, 500 Euro nur so die Basisausstattung. Ja, kann ich machen, mache ich auch heute, aber weil das ein besonderes Video ist, gehen wir heute mal ganz besonders vor und schauen als erstes mal in die Session rein. Wir hören uns da was an und danach verrate ich dir dann, was es da mit dem Thema auf sich hat, mit dem Thema Grundausstattung an Plug-Ins. Aber Vorsicht, das könnte nicht das sein, was du erwartest. Also los geht's. So, da sind wir schon in der Session und ich schlage mal vor, dass wir in diesen Mix reinhören, ein fertiger Mix, den wir jetzt mal A, B hören mit den ungemischten Spuren, damit du mal einen Eindruck davon bekommst, was alles auf dem Weg vom Mix passiert ist. Also zumindest der Vergleich zwischen den ungemischten Spuren und den gemischten Spuren. Hören wir mal rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich glaube, als Klangeindruck reicht das. Wir gehen mal wieder rüber und ich erzähle dir mal was zu diesem Mix und vor allem über unsere Grundausstattung mit Plug-Ins. Also los geht's. Eigentlich muss ich mich jetzt bei dir entschuldigen, denn der Titel von diesem Video verheißt eigentlich was vollkommen anderes. Der impliziert ja, dass ich dir jetzt hier die Wunder-Plug-Ins vorstelle. Aber der Song, den wir gerade gehört haben, den habe ich komplett mit DAW-eigenen Plug-Ins und mit drei kostenlosen anderen Plug-Ins abgemischt. Mit anderen Worten, überhaupt keine Wunder-Plug-Ins, sondern einfach nur das, was bei deiner DAW mitgeliefert wird. Also die Plug-Ins hast du schon längst. Du brauchst kein extra Geld ausgeben. Es geht darum, die Wunder-Plug-Ins werden zu Wunder-Plug-Ins durch denjenigen, der sie bedient, der also gezielt zum Plug-In greift und es gezielt einsetzen kann. Das ist natürlich gerade am Anfang einer Mix-Karriere furchtbar frustrierend. Ich kenne das, ich war da genauso wie du auch. Man sitzt vor dem Mix, jeder Mix ist eine Blackbox und man stochert im Nebel und manchmal kriegt man einen guten Mix hin, meistens aber keinen guten Mix und ist total frustriert, wirft hin oder noch schlimmer. Der Mix klingt zu Hause wunderbar, glaubt man zumindest und dann nimmt man den mit ins Auto, spielt den Freunden vor und da fällt der Mix komplett auseinander. Das kann sehr frustrierend sein, aber es gilt halt nach wie vor die 10.000-Stunden-Regel. Wenn du etwas gut können möchtest, dann muss man es halt auch leider üben. Und ich muss dir jetzt sagen, ab jetzt wird nur noch gelabert. Es gibt keine Anwendungsbeispiele, wenn du also keinen Bock auf Gelaber hast, dann empfehle ich dir direkt weiter zu klicken. Aber das, was ich dir jetzt mitgeben möchte, ist die Grundausstattung an Plug-Ins, die du tatsächlich brauchst. Und da geht es tatsächlich um das, was du schon hast. Du brauchst also kein extra Geld ausgeben. Die zwei wichtigsten Plug-Ins, die ich benutze in meinen Mixen, das sind im Prinzip gar keine Plug-Ins, sondern das sind die Plug-Ins, die Hilfsmittel, mit denen ich bei meiner Abmischung, bei dem Mischen der einzelnen Spuren gegeneinander, das richtige Verhältnis einstelle. Und das ist der Lautstärke-Fader und der Panorama-Regler. Mit diesen beiden Reglern kann man im Prinzip aus jeder Anzahl von Spuren schon mal einen soliden Grundmix machen. Man kann damit abmischen. Man kann damit die Verhältnisse zwischen den einzelnen Instrumenten unterschiedlich herstellen und dafür sorgen, dass alle Instrumente gleichmäßig zu hören sind. Dass sie teilweise vielleicht im Panorama verschoben werden. Dann werden sie etwas lauter gemacht. Wenn sie etwas wichtiger sind, dann sind wir etwas leiser, werden sie gemacht. Wenn sie vielleicht etwas unwichtiger sind. Aber man sorgt dafür, dass alle schon einigermaßen gut gleichmäßig zu hören sind, sodass man einen schönen stabilen statischen Mix hinbekommt. Und wenn man dann feststellt, dass einige Instrumente sich zum Beispiel in einigen Frequenzbereichen überlagern, verdecken, maskieren oder vielleicht sogar auslöschen, dann kann man mit einem Wunder-Plug-In, mit einem Equalizer, mit dem wichtigsten Plug-In, was wir haben, rangehen und dieses Problem beheben. Aber nicht, weil man den einfach nur draufschmeißt, weil man das irgendwo im Mix gesehen hat, sondern weil man damit ein Problem beheben will. Also ganz gezielt dazugreifen. Mit anderen Worten, wenn du es andersrum drehen würdest, die besten Plug-Ins sind die, die wir eigentlich gar nicht brauchen, weil wir kein Problem haben. Haben wir ein Problem? Haben wir ein Werkzeug. Das ist der Equalizer. Und ich habe schon in einigen Videos erklärt, wie man mit einem Equalizer gezielt Signale bearbeiten kann, Probleme identifizieren kann und auch weiß, wo man suchen muss. Ich mache mal eine Playlist, die ich jetzt hier oben einblende, wo ich mal so ein paar Videos zusammenstelle, wo du die Grundlagen vermittelt kriegst, wo du von vorne bis hinten durchgucken kannst, wo du auf jeden Fall das Basiswissen mal vermittelt kriegst, wo du es zusammenkriegst. Denn in 100 Videos, Mixpraxis ist ja auch einiges zusammengekommen und da kannst du dann dir schon mal ein bisschen Basiswissen aneignen, das du dann natürlich auch anwenden musst. Das ist natürlich ganz wichtig. Man muss es ausprobieren. Videos gucken ist eine schöne Sache, aber danach sofort ausmachen und ausprobieren, was du da gelernt hast. Also der Equalizer behebt Probleme, die wir mit dem Lautstärkefader und mit dem Panorama nicht mehr lösen können, wenn sich zum Beispiel zwei Signale verdecken. Solltest du dann feststellen, dass es einzelne Signale in deinem Mix gibt, die vielleicht an einigen Stellen zu laut, an anderen Stellen zu leise sind, meistens ist der Bass zum Beispiel so ein Kandidat oder auch die Stimme, dann gilt es dafür zu sorgen, dass die Dynamik von diesem Instrument ein bisschen eingeengt wird, ein bisschen schmaler gemacht wird, der also die Differenz zwischen dem lautesten und dem leisesten Teil eingegrenzt wird. Und dafür greift man dann zu einem Kompressor. Aber erst, wenn man das Problem identifiziert hat, also einfach zum Kompressor zu greifen, weil man das in einem Profimix gesehen hat, dass er das auch immer macht, völliger Blödsinn. Und auch da ist es wirklich ganz wichtig, dass du nur gezielt zu dem Plugins greifst, wenn du sie brauchst und das nicht einfach als Reflex machst. Greif dann also zum Kompressor und auch dieses Kompressor-Video, in dem ich dir zeige, wie du ganz einfach und ohne wichtiges Know-how oder ohne jeden einzelnen Regler zu kennen, wie du da einen Kompressor benutzen kannst, packe ich dir auch mit in die Playlist und dann kannst du dich dann mal durchgucken und dir das Basiswissen aneignen. Mit dem kannst du dann weiter üben und hast dann im Prinzip schon mal die Lautstärkeverhältnisse, das Panorama richtig eingestellt. Du hast Probleme bei den Frequenzen, identifiziert im Idealfall und teilweise behoben, wenn dir etwas besser gefällt, wenn es ein bisschen heller klingt, kannst du es natürlich auch mal anheben oder absenken, irgendwo die Bässe. Und du hast die Dynamikprobleme schon behoben. Mit anderen Worten, du hast die Basis für deinen Mix, du hast das passende Mischverhältnis zwischen den einzelnen Spuren und den einzelnen Instrumenten hergestellt und dafür gesorgt, dass du einen stabilen Mix hast. Und dann kannst du langsam einsteigen und so den Puderzucker draufstreuen auf deinen Mix. Du kannst arbeiten theoretisch, kannst du arbeiten, wenn du dir das dann noch zutraust und da noch Lust drauf hast, weil man sitzt dann meistens schon relativ lange am Mix. Du kannst dann mit Hall arbeiten, mit Echo arbeiten, du kannst zum Beispiel mit dem Wider arbeiten, der aus Monosignalen ein Stereo klingendes Signal macht und so weiter und so fort. Die ganzen tollen Tricks, die ich dir ja auch gezeigt habe, aber vor allem steht das Basiswissen und die Grundkenntnis. Man muss ein sauberes Fundament haben, mit dem man dann tatsächlich seinen Mix an den Punkt bringt, wo dann die ganzen Tipps und Tricks aus der Mixpraxis dann auch wunderbar anzuwenden. Und wenn du sagst, das klingt alles sehr, sehr einfach, so wie du das erzählst, kann ich das auch durchaus nachvollziehen. Aber wie weiß ich denn, wann meine Bassdrum zu laut ist? Wie weiß ich denn, wie meine Snare klingen muss? Wie weiß ich denn, welches Verhältnis ich zwischen Bass und Schlagzeug herstellen muss? Wie laut mein Gesang sein muss? Auch da, kleiner Tipp, ich empfehle dir das Abmischen mit Referenzen. Habe ich auch schon mal ein Video zugemacht, packe ich dir mit in die Playlist, kannst da auch mal drauf gucken, was es damit auf sich hat. Nur so viel, wenn du ohne Orientierung im Mix unterwegs bist, also einfach drauf losmischt, dann wirst du feststellen, wenn du den Mix woanders anhörst, dass die Verhältnisse zwischen den einzelnen Instrumenten, wenn du jetzt nicht ganz geschmackssicher bist, dass die sicherlich nicht stimmen werden. Aber es gibt Hilfsmittel, eben das Mischen mit Referenz. Du musst dir das so vorstellen, wenn du Maler wärst und du zum Beispiel das Gelb von Van Goghs Sonnenblumen super findest, dann würdest du dich ja nicht mit deiner Palette irgendwie hinstellen und würdest dann sagen, ja, das ist ungefähr das Gelb. Und dann irgendwann kommst du mit dem Buch von Van Gogh an und sagst, das ist ja gar nicht das Gelb. Nein, du würdest dich mit dem Gelb, mit dem Buch von Van Goghs Sonnenblumen daneben stellen und so lange deine Farben mischen, bis das Gelb das Gleiche ist, was du auf diesem Bild siehst und dann malst du deine Sonnenblume. Und Mischen mit Referenz ist letztendlich nichts anderes. Mischen mit Referenz bedeutet, dass du deinen Mix immer mal wieder abgleichst und mal A, B hörst, im Vergleich hörst, wie klingt das denn eigentlich bei denen, wie klingt das bei mir, zum Beispiel das Schlagzeug, wie klingt das bei denen, wie ist das Verhältnis Bassdrum zu Snaredrum und so weiter. Das kannst du dann A, B hören und kannst dann im direkten Vergleich hören, wie es dann, wie das Verhältnis sein sollte. Du musst ja nicht kopieren, was die da gemacht haben, aber die Differenz zwischen den beiden, das Verhältnis zwischen den beiden, kann man sich da abhören und dann auf den eigenen Mix übertragen. Das Gleiche zwischen Schlagzeug und Bass, zwischen Bass, Schlagzeug und Vocals, wie laut sind die Gitarren und so weiter und so fort. Man kann sich beim Mixen mit Referenz wunderbar abgleichen und hat immer einen Orientierungspunkt, der einem hilft zu sagen, pass auf, du bist noch auf der richtigen Straße oder du bist jetzt schon zu weit weg, deine Gitarren sind viel zu laut. Mischen mit Referenz. Damit habe ich dir jetzt hoffentlich einiges an Rüstzeug mitgegeben. Die Playlist wird dir hier oben auf jeden Fall helfen. Also Fader und Panorama für den Grundmix. Equalizer für das Beheben von Frequenzproblemen. Kompressor, falls du Dynamikprobleme hast und einzelne Teile nicht hörst oder zu laut hörst, das zu beheben. Wichtig ist, dass du Plugins nicht benutzt, nur um sie zu benutzen. Und danach kannst du dann einsteigen mit den ganzen tollen Tricks, die wir hier gemacht haben. Und du kannst dann auch sicher sein, wenn du einen guten Grundmix gemacht hast, dann kannst du den auch mit deiner New York Compression zum Beispiel oder mit dem Andrew Schapps Rear Bus Trick, den ich dir neulich gezeigt habe, verbessern. Aber einen schlechten Mix wirst du weder mit der New York Compression noch mit dem Rear Bus Mix Trick noch mit dem Wunder Plugin aus der Werbung verbessern. Einen schlechten Mix kann man nur verbessern, indem man daran arbeitet und ihn verbessert. Verbesser dich von Mix zu Mix. Das war jetzt eine lange Standpauke, die ich dir gehalten habe, aber ich hoffe, ich wünsche dir, dass du diesen Schritt gehst, dass du dich traust auszuprobieren, wenn du Spuren zum Ausprobieren brauchst. Ja, jetzt kommt wieder der Eigenwerbungsanteil. Im Premium-Bereich gibt es nicht nur jede Menge Spuren und Songs zum Selbermischen, sondern es gibt auch jede Menge Erklärungen von mir zu mixen, die ich von vorne bis hinten erkläre. Wenn du da also Unterstützung brauchst, bist du da sicherlich gut aufgehoben. Aber ich will dieses Video jetzt nicht zu einem Werbevideo machen, sondern ich möchte dich inspirieren, einfach jetzt dich vor die DAW zu setzen, dir eine Referenz zu picken, dir deinen Song zu nehmen und dann einfach nochmal alle Fader auf 0, alle Plugins weg und dann nochmal bei 0 anfangen. Und schreib mir mal, ob dir das was gebracht hat, welche Technik dir gebracht hat, wie lange du gebraucht hast vielleicht sogar, um endlich diesen Schritt dahin zu kriegen, dass du zielsicher zu Plugins greifst und dass du dann auch zielsicher ein teures Plugin gekauft hast, weil du wusstest, wofür du es brauchst und wie der Klang ist und dass du das dann auch wirklich einsetzen möchtest und dir nicht so eine VST-Leiche wieder ins Plugin-Verzeichnis reingepackt hast. Wie gesagt, Labervideo zum hundertsten Video. Dieses war ein kleines bisschen anders. Ich hoffe, du konntest trotzdem was mitnehmen. Schreib mir, wie gesagt, deine Erfahrungen unten in die Kommentare und wir sehen uns die Tage wieder zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Und bis dahin wünsche ich dir von gut nur das Beste, mach's gut und bleib tapfer. Yasu!